Das böhmische Niederland, auch Schluckenauerzipfel genannt, befindet sich im Norden der Tschechischen Republik an der deutsch-tschechischen Grenze zwischen dem Elbsandsteingebirge und dem Lausitzer Gebirge. Administrativ gehört es zum Ogristigin, das Gebiet war einst dicht besiedelt, die größten Orte sind Farnsdorf, Rumburg und Slanov. Von dieser Stadt leitet sich der Landschaftsbezeichnung Schluckenauerzipfel ab. Sehenswürdigkeiten und Tourismus Die Region war seit dem Dreißigjährigen Krieg eine durch den Katholizismus und ertragreiches textiles Kleingewerbe geprägte Kulturregion. Dies zeigt sich durch die zahlreichen barocken Kirchen mit den dazugehörigen Friedhöfen, Kapellen, Kreuzgängen und Wallfahrtsorten. Einer der bekanntesten Wallfahrtsorte der Region ist der St. Annerberg in Lobentavar mit der Annenkapelle, welcher in jedem Jahr Schauplatz des Anbergfestes ist, viele dieser geweihten Städten wurden auf den Bergen der Region angelegt. Auch die großen barocken Kirchen der Region sind auffallend, sie finden sich in jeder größeren Ortschaft. Farnsdorf ist seit den Zeiten der Monarchie Österreich-Ungarn ein Zentrum der altkatholischen Kirche. Des Weiteren finden sich noch verschiedene Baudenkmäler aus der Zeit des Feudalismus. Die meisten Schlossanlagen wurden entweder zerstört oder dem Verfall preisgegeben. Schlossruinen finden sich in der Altstadt von Schluckenau und versteckt in Heinzbach. Diese haben als Zielpunkte zur Förderung des Tourismus weiterer Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Sehenswert sind auch die Holzhäuser der Region, welche wie auch auf der deutschen Seite der Grenze als Umgebindehäuser, teilweise aber auch als Blockhaus errichtet worden sind. Durch die Nähe zu Deutschland ist die grenzüberschreitende Infrastruktur des Tourismus in der Region recht gut ausgebaut. Die Landschaft böhmisches Niederland ist mit der böhmischen Schweiz verbunden. Ein Nationalparkhaus mit Abstellplätzen befindet sich in Krasna Lipa. Im Osten existiert ein Zugang zum Ziedauergebirge mit seinen Felsformationen und Kurorten. Das vormals beinahe vollständig von Deutsch-Böhmen bewohnte Gebiet konnte nach deren Vertreibung als Folge des Zweiten Weltkrieges nach 1945 nicht ausreichend mit tschechischen Neusiedlern besiedelt werden. Einige Ortschaften wurden daher aufgegeben. Die heutige Bevölkerungszahl entspricht nur noch einem Siebtel des Vorkriegsstandes. Bei etwa einem Fünftel handelt es sich um Roma. Der Versuch, diese in der Region ansässig zu machen, führte häufig zu sozialen Problemen. Seit einigen Jahren verstärkt sich die Tendenz, dass Roma aus anderen Landesstallen in die Region zu wandern, während Tschechien abwandern. Wirtschaft Von der vor 1945 gut gefestigten Wirtschaftsstruktur ist heutzutage wenig übrig geblieben. Viele der ansässigen Betriebe wurden 1945 konfisziert, sind wenig produktiv und erhalten kaum Investitionen. Auch die Primärwirtschaft bedarfe der Förderung. Zurzeit liegt ein großer Teil der landwirtschaftlichen Nutzflächen im Schluckenauer Zipfel brach und ist von Gehölz überwuchert. Es existieren Initiativen der Europäischen Union, um mithilfe der Regierung Tschechiens eine grenzüberschreitende, agrarstrukturelle Entwicklung zu planen, für die es allerdings an Fachleuten fehlt. Vom böhmischen Becken um Prag ist die bergige Region durch das Lausitzer Gebirge getrennt. Alle Verkehrswege müssen deren Höhenlagen überwinden. Diese Trennung wirkte sich während der Tschechoslowakei sehr negativ auf die Entwicklung der entvölkerten Region im Norden Böhmens in den letzten 60 Jahren aus. Die ökonomische Situation der Region ist prekär. Die in Tschechien getätigten Investitionen kommen vor allem der böhmischen Kernregion zugute. Auch die Nähe zur Grenze nach Deutschland konnte bislang kaum positive Effekte erbringen. Die wirtschaftliche Situation im angrenzenden Teil Sachsens ist ebenfalls ungünstig und die infrastrukturelle Anbindung der Region ist schlecht. Viele Bewohner verlassen das Gebiet, um in der tschechischen Zentralregion um Prag oder im Ausland Arbeit und Brot zu finden. Ein großer Teil der örtlichen Wohnhäuser wird heute nur noch als Wochenend- und Ferienhäuser genutzt oder verfällt. Internationales Später traten dem Losenverbund auch Soland an der Spree und die Spreequellstadt Ebersbach-Neugasdorf bei. Der grenznahe Jüttelberg zwischen Neusalz-Aschbremberg und Königswalde entwickelte sich dabei zu einem beliebten Zentrum für Treffen der Bewohner. Der internationalen Fünf-Gemeinde- und Ausflugsziel von Wandelfreundin der Grenzregion. Am 27. September 2015 fand bereits das 14. Jüttelberg-Treffen statt. Fünf, bis heute zur neus-A Traτεkonferg Wachstürstück. Untertitelung des ZDF, 2020